Yo Leute was geht ab herzlich willkommen zum nächsten Video, freut mich dass ihr wieder da seid herzlich willkommen Ich hoffe euch geht's sehr gut, neue Wochen, neues Glück mal wieder Und Weihnachten steht kurz vor der Tür und ich hab mir gedacht komm Ein kleines Weihnachtsgeschenk von mir an euch und zwar ein kleines Video Nein Spaß, ich hätte es auch so oder so rausgehauen von daher Aber seht es halt als Weihnachtsgeschenk, soll mir recht sein Wir spielen heute auf jeden Fall Big Bad Wolf, da kommt bestimmt ein bisschen Weihnachtsstimmung auf Ich würde sagen wir gehen direkt rein, falls ihr wissen wollt wo ich so gucke, schaut mal in der Videobeschreibung vorbei Wir gehen rein, auf geht's Ah die Melodie kenne ich doch Ah da kommt auf jeden Fall Weihnachtsstimmung auf Ah ok Hier in dem Casino sind bei manchen Slots die neue Regelung schon in Kraft getreten Ein Euro maximal Einsatz Ja Leute Vielleicht ist anderes übrig als auf einem Euro zu spielen Aber ein Euro ist auch gut, da fühle ich mich wohl Da fühle ich mich wirklich wohl Alles was über ein Euro an Einsatz geht, da habe ich immer ein bisschen Höhenangst Ja Weil da geht das Geld zu schnell weg Wenn dann absolut wirklich gar nichts kommt Wenn natürlich was kommt ist schön Aber hier will ich auf jeden Fall die freie Spiele sehen Was brauche ich überhaupt Okay Der eine Das eine Schweinchen ist schon wild Okay Aber was brauche ich für die freie Spiele? Ich gucke dreimal den Wolf Dreimal den Wolf, ja Also die Weihnachtsstimmung habe ich noch nie gespielt Die ist komplett neu Aber die normale Das normale Spiel habe ich halt schon ein paar Mal gespielt Das ist einmal der Wolf Komm noch einfach zweimal runter Okay Geier Richtiger Geier Komm Müll Ah, Turbomodus geht aber Ja, die sortiert sich recht langsam Da wollen wir mal den Turbomodus rein Ah, wie dann geben wir Chancen Das haben wir noch gar nicht abgekürzt Bis freie Spiele kommen Oder was sagt ihr? Okay, Schweinchen ist wieder white Jetzt komm auch rein Ja, natürlich nicht Schmutz Ja, bis wie viel geben wir Chancen Auf jeden Fall mal bis Ich würde sagen 180 Was ist so großer Gewinn Für 10 Euro Ist dein Ernst? Ich habe fast einen Hörsturz bekommen Alter, mein Ohr ist gerade mir weggeflogen Ich muss mir auf meinem Kopfhörer leise machen Okay Oh, die gewinne zwischendurch sind ganz nett Aber drei Wölfe werden wir Oh, ich wollte schon gerade sagen Da sind sie doch Komm Kann doch nicht wahr sein Ah, wieder Die hält sich wunderbar Die hält sich wunderbar So gesehen erst 10 Euro verloren Und wir tränen hier gefühlt schon Zwei Minuten Ich wollte schon gerade sagen Da sind sie Ich sehe irgendwie heute Wenn zwei Wölfe kommen Sehe ich irgendwie den dritten schon Ja, weiter, weiter, weiter Viele Schweinchen und dann Wilds ist auch gut Kann auch gut geben, aber Einfach dreimal Wölfe Oh Mann, ey Schon wieder zweimal Der lässt sich oft zweimal blicken Das kann nicht mehr allzu lange dauern Schon wieder zweimal am Anfang Oh, weiter, weiter, weiter Oh, weiter, weiter, weiter Also hier auch alle Schweine voll zu kriegen Mit Wild ist auch glaube ich Ein Ding der Unmöglichkeit, oder? Jetzt lässt die Slot ein bisschen nach Eben so gut gelobt Dass sie sich so gut hält Und jetzt frisst sie einfach nur noch Man darf die Slots nicht loben Das gibt's nicht Schon wieder zweimal Ey, wo bleibt der dritte Wolf, Mann? Okay, die ersten 50 Euro Sind leider gleich schon wieder weg Am Anfang wie gesagt Gut gehalten Da habe ich auch gedacht Komm, die Freispiele Die kommen jetzt jeden Moment Weil der oft zwei Wölfe Da schon wieder Wenn man gerade die Rede davon hat Aber der dritte Wolf ist irgendwie schüchtern Der kommt einfach nicht Ich würde sagen bis 170 Und weiter, weiter, komm Weiter, weiter Jawohl Das zweite Schweinchen ist auch white Das ist wichtig Komm, weiter, weiter Noch ein Gewinn Da haben wir alle Schweine Jawohl Ich sage eben noch Das ist ein Ding der Unmöglichkeit Wir haben das Unmögliche möglich gemacht Komm Und jetzt einfach drei Wölfe Oh, das sieht doch gut aus Ach, ich weiß 20 Euro Ich habe gedacht, das wäre mehr Aber okay Komm, jetzt einfach zwei Wölfe noch rein Komm, gönn doch einfach Nicht mal einer Komm Oder viele Schweine Einfach viele Schweine Komm Es lässt sich kein Wolf mehr blicken Aber so kann es weitergehen Von mir aus den ganzen Tag Aber kein einziger Wolf Also das ist schon frisch Jawohl Und weiter Das hört gar nicht mehr auf Oh Schweine Wir brauchen Schweine Oh, jetzt kommt der zweite Wolf Aber Komm Irgendwas Jawohl Wichtig Einfach der dritte Wolf rein Oh, das wird eng Komm Jawohl Da sind sie doch Nice Ich hoffe der Sound ist jetzt nicht so laut Bei euch wie bei mir Also auf meinen Kopfhörer meine ich jetzt Okay Wir gehen direkt mit einem 63 Euro Gewinn rein Erfahrungsgemäß Wenn man mit einem hohen Gewinn reingeht Wären die Freispiele scheiße Aber Ich bin gespannt Okay, einen Mond haben wir schon mal Wir brauchen den Smonde Und natürlich Gewinne Okay Wieder ein Mond Noch ein Mond Und wir haben noch Wir haben eine kleine Verlängerung Wo bleibt der Mond? Schmutz Okay Drei Mond haben wir schon mal Okay Haut ab Schweinchen Komm Rennt Lauf Lauf Komm Jetzt nur zwei Monate Dann alle Gewinne mal zwei Und nochmal zwei Verlängerung Spiele Wir brauchen hier Gewinne auch Wie eben Alles voll mit Schwein Das wäre optimal Okay Sehr schön Und weiter 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 Schweinchen Ja Müll Es sind zu wenig Monde Oh Noch ein Mond Noch ein Mond Aber wir haben auch nur noch ein Freispiel Nein zwei haben wir noch Gönn einfach Gönn 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 Mond Jawohl Jawohl Jetzt wird's spannend Nochmal Plus zwei Freispiel Und alle Gewinne mal zwei Jawohl Plus zwei Tricks Gönn einfach jetzt Jetzt einfach nur Gewinne Einfach nur Gewinne Jawohl Wild 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 Wir brauchen ein Schweinchen jetzt Ja A auf zwei A auf zwei Hat gar nichts gebracht Ich Idiot Ich wünsche es mir Es kommt und es bringt nichts Ja moin Letztes Beispiel Letztes Jetzt Ach Scheiße Ja das wird nichts Okay Hundert Zwei Euro Und zwanzig Cent Okay Okay Auf jeden Fall gut Ach es geht ja hier noch weiter Ach wir sind noch lange nicht fertig Freunde wir sind noch lange nicht fertig Nur einmal ein Wolf Und wir haben wieder Freispiele Komm Gönn Nein So ein Geier So ein Geier 108 Euro Sehr Sehr gut Wir bleiben noch Ein paar Spins drin Da würde ich sagen Haben wir die Slot Da haben wir alles gesehen Zusammen gehen jetzt raus Bei 300 glatt gehen wir raus Ich glaube wir uns einfach nicht gehen lassen Merkt ihr Egal wenn sie läuft Dann bleiben wir halt drin Nochmal drei Wölfe Und zack Oder nochmal alles voll mit White Nehme ich Weiter weiter Noch ein Gewinn Noch ein Gewinn Frech Ah das war frech Jawohl Das verhält sich Super 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 Okay Erstes Zweite ist wieder da Zweite Zweite ist wieder da Und weiter Und weiter Einfach weiter Jetzt einfach nur Gewinne Einfach Gewinne Ja Nehmen wir mit Schmutz Noch ein Wolf Noch ein Wolf Gönn Aha Schade Ich hätte sie gerne nochmal gesehen Ich bin Gönn Und Ich bin wie gesagt bis 300 ist einfach noch zwei Wölfe so Leute an dieser Stelle mache ich einen Cut ich wünsche euch auf jeden Fall alles alles Gute zu Weihnachten frohe Weihnachten an diejenigen die feiern und ich würde sagen wir sehen uns beim nächsten Video hinterlässt gerne einen Daumen nach oben hinterlässt gerne einen Slot wünschen in den Kommentaren hinterlässt gerne ein Abo wäre sehr ehrenhaft von euch bleibt gesund auf Wiedersehen bis zum nächsten Video Ciao